In einer Welt voller Geheimnisse besitzt eine Frau eine mächtige Gabe. Eine Kraft, die stärker ist als der Tod. In Venetika ist der Tod ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ein Mensch, der von einem Konzil namens Korpus für diese besondere Bestimmung erwählt wird. Die letzte Wahl war manipuliert. Und Viktor, der Erwählte, entpuppt sich als bedrohlicher Nekromant, der sich mit finsteren Mitteln zum unbesiegbaren Herrscher erheben will. Zum Herrscher über das Diesseits und das Jenseits. Der vom Korpus erwählte Nachfolger des Abtrünnigen fällt Viktor und seinen Schergen zum Opfer. Und nur ein Mensch kann den wahnsinnigen Nekromanten und seine Helfer noch aufhalten. Scarlet, die Tochter des neu gewählten Todes. In Venetika übernimmt der Spieler die Rolle der schönen wie tapferen Scarlet und erlebt ein bildgewaltiges Action-Rollenspiel mit einer außergewöhnlich emotionalen und tiefgründigen Geschichte, die in einer düster, fantastischen Version Venedigs des 16. Jahrhunderts spielt. Albtraumhafte Kreaturen, wie man sie nie zuvor gesehen hat, lauern auf sie ebenso die beängstigende Bossgegner, die erst in der realen Welt, in ihrer menschlichen Gestalt und dann in der Welt der Toten, in ihrer ganzen widerwärtigen Größe besiegt werden müssen. Scarlet verfügt über spezielle Kampffähigkeiten mit vier Waffentypen. Jeder Waffentyp hat aber eigene Spezialattacken und Kombo-Möglichkeiten. Darüber hinaus beherrscht Scarlet verschiedene Zauber und Skills, die sie jederzeit mit ihren Nahkampftechniken kombinieren kann. Als taktisches Element einmalig ist Scarletts Fähigkeit, die Welt der Toten zu betreten, wobei sie temporär unverwundbar und unsichtbar für ihre Gegner wird. Im Verlauf des Spiels erweitert der Spieler Scarletts Fähigkeiten. Er kann sich für eine von drei Gilden mit eigenen Vorteilen entscheiden und findet zusätzlich Lehrmeister. Die Scarlet helfen ihre Fähigkeiten gegen Bargeld oder als Belohnung zu entwickeln. Auf ihrem Weg, den grausamen Nekromanten zur Strecke zu bringen, bereist sie Venedig und andere fantastische Schauplätze und mystische Orte. Erlebe ein optisch einmaliges Rollenspiel mit fesselnder Atmosphäre. Großen Emotionen, herausfordernden Kämpfen, alternativen Wegen und Entscheidungen voller Tragweite. Mit völlig frei begehbaren Städten in einer dynamischen Spielwelt, fordernden Rätseln, unterschiedlichen Enden und einer für Rollenspiele einmaligen Szenerie im Venedig der Renaissance.